Ich bin umgeben von scheinheiligen Typen, die mir den Posten leiden. Und von Journalisten, die mir ans Leder wollen. Nein, du bist nicht schlechter dran als ich. Wenn du es tauschen, du würdest keine 10 Minuten überleben in meinem Leben. Etwas Unvorhersehbares ist geschehen. Etwas Schwerwiegendes. Er ist mein Vater und ich bin mein Sohn. Also sein Sohn. Also Sie wissen, was ich meine. Überhaupt nicht. Hast du mich gerade Mama genannt? Das ist ja Horror. War das deine beschissene Idee, uns beide einzuladen? Das ist alles einfach nur ein riesengroßes Missverständnis. Solange wir einer im anderen stecken, können wir sowieso nichts machen. Jung, war ich schon mal. Das kenne ich. Komm, das will ich nicht nochmal. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe für mich, nicht für dich. Ich habe auf einen Schlag 30 Jahre Lebenserwartung verloren. Und was hast du verloren? 30 Jahre und 20 Kilo. Aber so läuft das nicht. Ich will kein Viagra schlucken. Gib mir meine Jugend und meinen Waschbrettbauch zurück.